Hallo, willkommen, 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 liebe Zuschauerinnen und Zuschauer aus meinem Klassenzimmer aktuell, den Witz kann man jetzt öfter machen als Lehrkraft, zu einem Vortrag über Podcasting als Gruppen- und Projektarbeit habe ich es, glaube ich, ich habe es, glaube ich, anders genannt in der Anfrage, aber im Endeffekt ist es das. Die Tagline war Podcast als produktorientierte Methode im Unterricht. Und wir haben da diese Mentimeter, Sache, die ihr hoffentlich auch seht, das heißt, ihr könnt jetzt auf menti.com gehen und dort den Code eingeben. Das ist also eine interaktive Präsentation und was sie im Endeffekt macht, ist, ihr könnt wenn ihr jetzt auf menti.com oben den Code eingebt, seht ihr a die Präsentation vor euch und b seht ihr die Möglichkeit, jederzeit Fragen zu stellen, das wird mir dann angezeigt und wir können also an mehreren Folien dazwischen drin einfach Fragen aus dem Publikum beantworten. Das finde ich relativ einfach und die tausend Wege, die mir hier gerade gesagt wurden, wie ihr mich erreichen könnt, die haben mich nur verwirrt. Okay, diese Präsentation ist im Endeffekt und dieser Vortrag ist ein bisschen für Lehrer. Ich werde aber versuchen, das jetzt auch für die Allgemeinheit so ein bisschen runterzubrechen, worum es eigentlich geht. Es geht nämlich im Endeffekt um Podcasting als Unterrichtsmethode oder besser gesagt als eine Art, wie wir einen bestimmten Teil von Unterrichtsmethoden machen können. Und es geht da um produktorientierten Unterricht, aber fangen wir vorne an. Das erste, was wir immer brauchen, ist die Frage, wer redet da? Das bin ich, Thomas Brand. Ich bin eigentlich Lehrkraft an einer beruflichen Oberschule irgendwo in Bayern. Ich podcaste seit über fünf Jahren, vielen Leuten auch bekannt. Das wichtigste Podcast-Logo fehlt da eigentlich, das ist Vrind, aber das ist ja Holgis Produktion und ich mache diese ganzen anderen Sachen. Wie gesagt, ich habe da also schon ein bisschen was hinter mir und die meisten Leute kennen mich wahrscheinlich auch irgendwo daraus. Gut, wir fangen an, wir gucken vorher, was ist ein Podcast. Das kann sein, dass das jetzt die Menschen nicht ganz so überrascht. Ja, dann sprechen wir kurz darüber, was ich jetzt als Lehrkraft und so generell zum Podcasten heutzutage brauche, weil ja vielleicht auch der eine oder die andere unter uns ist, die sich jetzt denkt, okay, ich habe mir das jetzt hier angeguckt und ich weiß aber noch gar nicht, was ich damit machen soll. Und dann schauen wir uns an, warum, wie eigentlich Podcasting als Medium zu einer eigenen Aufgabe wird und was für Aufgabenformen wir damit machen können. Also erste Frage, was ist ein Podcast? Das ist eine Audiodatei, die mit einem RSS-Feed im Internet bereitgestellt wird. Es ist mehr als eine Audioaufnahme. Audioaufnahmen machen wir schon seit ungefähr 50 Jahren irgendwie im Sprachenbereich auf jeden Fall. Das heißt also, wir haben immer irgendwo Audioaufnahmen gehabt. Es gab das Sprachlabor, es gab lauter solche Sachen. Podcasting ist mehr. Podcasting ist nämlich eigentlich auch die Veröffentlichung. Im schulischen Kontext wird aber sehr oft nicht veröffentlicht, sondern es geht darum, das Medium nachzustellen. Also es ist so ein bisschen Trockenübung. Aber am Podcasting hängt auch mehr. Es hängt nämlich eine gewisse Ansprechhaltung dahinter und es hängt auch dahinter, wie ich im Thema miteinander umgehe und wie ich dann auch mit so Technik umgehe. Und das ist dann die nächste Sache, mit der wir uns so pädagogisch-didaktisch beschäftigen müssen. Okay, was gibt uns jetzt das Podcasting thematisch? Zum einen eine Motivation für die Schülerinnen und Schüler. Zum anderen können wir damit erreichen, dass Leute Themen eigenständig strukturieren und wir können das freie Sprechen in den Schülerinnen und Schülern besser anlegen und wir können natürlich auch einen ordentlichen Satz Medienpädagogik machen. Also das heißt also, wir können uns hinstellen und können sagen, okay, hier lernen wir noch was über Technik, hier lernen wir noch etwas über Medien. Und das kann wir alles mit Podcasting als eine Art von schulischer Methode irgendwo abhaken. Das heißt also, wenn wir uns darauf einschießen, dass wir podcasten, dann machen wir im Endeffekt, können wir das alles abdecken. Gut. Bis hierher keine Fragen. Ihr seht, da ist die Fragenfolie, da kann man dann also einfach Fragen reintippen. Erste Sache. Möchte ich als Lehrkraft das machen, habe ich meistens erstmal so ein Technikproblem. Smartphones. Ja, also wir sind ja hier gerade im Endeffekt auf der Bühne des Sendezentrums. Sendezentrum würden viele Menschen sagen, also mit Smartphones machen wir bitte eigentlich nichts, weil hinten da Dateien rausfallen, die furchtbar sind. Das Problem, was man hat, ist, man kann natürlich Schülerinnen und Schülern so ein Smartphone in die Hand drücken. Man kann sagen, nimm da mal was auf. Aber wir haben da schon ein Motivationsproblem, denn wenn da hinten schlechte Aufnahmen rauskommen, also wenn die Technik schlecht ist, wenn die Aufnahme schlecht ist, ist die Motivation und ist vor allen Dingen auch die nachgelagerte Gratifikation der Schülerinnen und Schüler im Eimer. Das heißt also, ich möchte eigentlich eine gewisse Menge an Hardware benutzen, damit ein gutes Produkt rauskommt. Das ist gleichzeitig Mediendidaktik auf der anderen Seite, aber auch einfach eine Sache der Pädagogik. Also ich habe selber schon im schulischen Kontext Kolleginnen geholfen, die halt irgendwie dann gesagt haben, ihr macht das mit Smartphones und dann fielen halt aus diesen Smartphone-Recordern irgendwie fünf MP3s raus und die waren alle leise oder verrauscht und so weiter. Und die Menschen, die sich mit Audiotechnik auseinandersetzen, wissen, das ist eigentlich nicht rettbar, da kann man wenig machen, das kannst du in Auphonic hauen und beten und dann hilft aber auch das Beten nicht mehr. Das bedeutet, wir brauchen ein bisschen Technik und wir sollten vor allen Dingen mindestens irgendwo zu einer unkomprimierten Ursprungsdatei kommen, mit der man zur Not noch was machen kann und wenn es auch nur ist, in Audacity das Rauschen rausschneiden. Das heißt, jede Schule hat Gesangsmikrofone, ein Hardware-Rekorder wäre schön, irgendwie sowas, irgendetwas, wo ich unkomprimiert aufnehmen kann und nicht unbedingt Smartphones. Wenn man es natürlich ideal haben möchte, hier Headsets und sowas, nicht unbedingt das Tim Fridloff Gedächtnis Edel-Headset, sondern vielleicht die billigeren Sachen, die gehen auch und ein ordentliches USB Audio Interface, wo man vielleicht auch mehr als eine Person anschließen kann, wären schon total toll und man kann heutzutage schulen und man kann natürlich dann auch vielleicht den Digitalpack davon überzeugen, dass man sowas bezahlt bekommt, weil, naja, es ist halt moderne Technik und wir machen damit auch moderne Dinge. Software-mäßig, Audacity ist immer noch die Wache der Wahl. Ich kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die benutzen das. Auch hier wieder, wir sind auf der Bühne vom Sendezentrum, da würde man natürlich sagen, wir sollten Ultraschall benutzen und wir sollten vielleicht auch Phonic benutzen, aber zumindest das ist Ultraschall. Ultraschall hat halt den großen Vorteil, dass Ultraschall non-destruktiv arbeitet. Das heißt also, ich verliere keine Dateien. Das tut mir bei Audacity dann schon hin und wieder mal passieren. Und Audacity ist jetzt auch nicht die stabilste Software. Ich möchte eigentlich mit Dingen aufnehmen, die ein bisschen solider sind. Vor allen Dingen kann ich bei Ultraschall halt auch solche Sachen machen, wie mit einem Soundboard Snippets einspielen und lauter solche Dinge. Und jetzt aktuell, wir sind ja im Distanzunterricht in Corona-Zeiten, ist eigentlich Audacity komplett draußen, weil ein Remote Setup, wo ich dann halt einfach hingehe und mit Ultraschall meine drei Studio Link Sessions aufmache und zu der Schülerschaft sage, okay, hier installiert euch mal Standalone und ruft mich an, scheißegal mit welchem Mikrofon, dann ist es schon durch. Das kann ich mit Audacity gar nicht mehr machen. Aber wie gesagt, wir haben halt die Optionen da draußen mit Studio Link und Ultraschall. Wir sollten sie nutzen. Und für die Menschen, die jetzt hier zugucken und die das interessiert, geht einfach auf die entsprechenden Webseiten. Sucht das. Ihr könnt nach Studio Link suchen. Ihr könnt nach Ultraschall.fm gehen. Ja, und auch hier weiter im Stream vom Sendezentrum zugucken. Dort sind die ganzen Projekte dann auch später hin noch vertreten. Also Ultraschall kommt noch heute Abend. Und das ist tolle Software, die auch budgetneutral ist. Ja. Auphonic ist es nicht unbedingt. Aber wer das nutzen will, ich meine, ich bin jetzt ja so ein bisschen eher der Großpodcaster. Ja, ich habe das dann halt einfach da. Man braucht es nicht unbedingt. Wobei gerade im schulischen Umfeld Störgeräusche und so weiter, wenn man Dinge dann auch im Klassenraum aufnimmt, natürlich ein Problem sind. Und da kann einem Auphonic helfen. Okay, das ist die Softwareseite. Das beide sollte ich haben. Ja, wer wirklich anfangen will, kann auch mal ein Smartphone benutzen. Aber danach sollte man so ein bisschen technisch aufrüsten. Und man kann das Schulen heutzutage auch gut verkaufen damit, dass es halt wirklich moderne Technik ist. Und das reicht ja theoretisch auch ein Setup pro Schule. Also meine Schule hat auch so solche Headsets und so ein Zoom L12. Ja gut, das hat man mir in die Hand gedrückt, dass ich das anschaffen soll. Und das hat sehr gut funktioniert. Und die Kolleginnen und Kollegen, die Technik ferner sind und jetzt nicht Podcasten sind, haben auch überhaupt keine Probleme gehabt, damit eine Aufnahme auf die SD-Karte zu machen. Und dann kümmere ich mich darum, dass das am Ende gut klingt. Also es ist überhaupt kein Problem. Und wie gesagt, man braucht eigentlich nur eine Person an der Schule, die wirklich Ahnung hat. Aber das sind so die zwei Sachen, die wir dann erstmal haben müssen, damit wir das jetzt also gestalten können. Okay. Keine weiteren Fragen. Kommen wir zu dem interessanten Teil, nämlich was machen wir da eigentlich? Also wie setze ich jetzt ein Podcast in der Schule ein? Grundsätzlich sind das Produkte inhaltliche Aufgaben. Also das ist jedenfalls die Ausrichtung des Vortrags. Ich wurde vorhin schon auf Twitter gefragt, wie das ist mit sozusagen so Frontal-Vorgabe für Schülerinnen und Schüler. Das kann man einfach an der Stelle kurz erklären. Ja, ich kann einen Podcast aufnehmen, das den Schülerinnen und Schülern zum Zeit-Souveränen-Hören in die Hand drücken und dann habe ich einen Kanal mehr. Das hat andere Implikationen, da können wir dann nachher nochmal drüber sprechen. Hier ist die Idee, die Schülerinnen und Schüler produzieren das selber. Das heißt also, ja, wir wollen das als Produkte inhaltliche Aufgaben. Das können geschlossene Aufgaben sein, das können öffene Aufgaben sein. Also ich kann entweder sagen, okay, bearbeitet bitte folgendes Arbeitsblatt und macht daraus einen Podcast, ne, so kleinschrittig geleitet oder macht offene Aufgaben, wo man dann sagt, okay, dein Thema ist, das wurde mir jetzt letztens erst wieder angetragen, soziale Ungleichheit und dann recherchieren die Schülerinnen und Schüler selber und dann hat man da am Ende so eine Aufgabenproduktion. Das heißt also, was weiß ich, die suchen sich ihre Themen raus und gestalten dann den Podcast. Das bedeutet auch, man muss die Aufzeichnung begleiten. Nicht unbedingt selber machen, aber man sollte sie begleiten. Und man muss sich die Frage stellen, wie viel Zeit brauchen wir dafür? Und da sind wir halt bei einer arbeitsteiligen Gruppenarbeit. Die dauert so, kommt auf die Komplexität des Themas an. Ja, eine Schulwoche, ja, zwei, drei, vier Stunden Vorbereitung und dann brauche ich nochmal eine Zeit zur Aufnahme und nachdem ich wahrscheinlich nur ein Setup habe, wird das dann auch noch eine gewisse Zeit dauern. Wenn ich es jetzt, wie gesagt, im Distanzunterricht zum Beispiel so ein bisschen aufteilen kann, dann kann ich an der Stelle halt anders arbeiten. Das heißt, ich kann mir das ein bisschen besser legen und dann geht es schneller. Aber generell sind das dann halt auch Sachen, die ich einrechnen muss. Das heißt also, ich habe vorne eine Gruppenarbeit oder eine arbeitsteilige Aufgabe und hinten habe ich dann als Ergebnis diesen Podcast, den ich produzieren muss. Die wichtige Sache dabei ist, das ist das Produkt, die Gruppenarbeit, die Partnerarbeiten und so weiter, die können die Schülerinnen und Schüler heutzutage eigentlich alle, das ist überhaupt kein Problem. Wir tauschen nur das Ergebnis auf. Das ist halt kein Referat, sondern das ist ein Podcast. Das hat aber Implikationen. Und zwar in der Produktion. Also ihr seht ja jetzt schon, wir machen hier so Vortragsstil und so und ich sitze bei mir daheim und habe mein Headset auf und dann habe ich einen gewissen Vortragsstil und es geht am Ende um Sprechkompetenz, um unterschiedliche Arten von Podcasts zu gestalten und das auch den Schülerinnen und Schülern jetzt auf der Meta-Ebene näher zu bringen und ihnen aber auch zu zeigen, dass das bedeutet, dass ich halt mehr machen muss, als einfach nur zu reden. Die erste Variante dieser unterschiedlichen Arten von Podcasts ist der freie, ungezwungene Diskurs. Das ist so das, was man in Podcaster-Kreisen so den Labor-Podcast nennt, aber man kann das natürlich auch inhaltlich machen. Also ich mache ja selber auch mit dem soziologischen Kaffeekränzchen so ein Format. Ja, aber ihr könnt auch gerne die Freakshow oder den Aufwachen-Podcast früher und jetzt den Alias Fernseh-Podcast nehmen, wo Menschen über politische oder Technikthemen und so weiter in einem freien Diskurs sind. Und das ist im Endeffekt die erste Art von Podcast, die wir alle kennen. Das ist wahrscheinlich für eine Gruppenarbeit die empfohlene, also wo sich die Schülerinnen und Schüler tatsächlich so ein bisschen frei zum Thema austauschen. Ja, kann man zum Beispiel wunderbaren Ethik verwenden und so weiter. Die zweite Variante wäre ein Expertengespräch. Da fällt einem sofort natürlich Herr Drosten ein, also das Corona-Virus-Update heißt das, glaube ich, in echt, wo also eine Person die andere als Experte diskutiert oder interviewt. Ja, auch hier so Tim Prittler, Forschergeist und so weiter. Diese Expertengespräche sind eine andere Variante und das sind unterschiedliche Sprechkompetenzen. Das sehr frei ungezwungene Diskurs ist halt ein natürliches Sprechen zwischen mehreren Personen. Das Expertengespräch ist ein Interview. Ja, im Endeffekt und dann ist halt eine Person der Experte und der andere kein Experte. So im schulischen Kontext wollen wir meistens eher Ersteres, allein schon damit wir sehen, dass alle irgendwie was tun. Ja, aber man braucht dafür unterschiedliche Ansprechhaltung und vor allen Dingen kommen wir jetzt zu einer Aufgabe, die auf einmal die Methode dann auch so ein bisschen zu einer eigenen Aufgabe macht, denn ich muss jetzt die Sprechkompetenz in den Schülerinnen und Schülern anbahnen. Lehrkräfte kennen das. Ja, wir haben irgendwie Probleme mit Referaten. Es gibt ja das eine oder andere Problem damit, dass Schülerinnen und Schüler mal Probleme haben, so ein Referat gut zu halten. Ja, wir kennen das auch in mündlichen Gruppenprüfungen. Also ich bin englische Lehrkraft in Bayern, da gibt es so mündliche Gruppenprüfungen hin und wieder und dann sind die Leute da auch total betreten. Und die Lockerheit im Diskurs, die ist den meisten Menschen nicht gegeben. Das ist auch für Podcasten da am Anfang vielleicht manchmal so ein Problem. Ja, wobei die meisten, die ereilt ja der Ruf so ein bisschen. Und wir haben jetzt aber das andere Problem, dass die Schülerinnen und Schüler in diese Situation ja von uns gebracht werden. Ja, und das bedeutet, dass wir jetzt auch dafür sorgen müssen, dass sie mit dieser Situation zurechtkommen. Das heißt, ich muss diese ganzen Thematik, wie spreche ich in so einer Podcasting-Situation, auch entlasten. Ja, das bedeutet auch, ich muss eigentlich diese Situation nicht überwachen. Ja, wenn ich das in der Schule mache, mache ich das sehr oft so, dass ich das Aufnahmeequipment hinstelle, anschalte und sage, so, sie setzen sich hin und sie machen so viele Takes, wie sie wollen und sie sagen, mir, welchen Takes sie am Ende haben wollen und ich schneide das dann zurecht. Ja, oder man unterstützt sie, indem man sich daneben setzt. Ja, und versucht vor allen Dingen durch mehrere Durchläufe, durch eine gewisse, auch durch ein gewisses Coaching die Leute dazu zu bringen, dass sie ein lockeres Gespräch machen. Also, wir müssen auch, wir müssen auf der anderen Seite immer sehen, Schülerinnen und Schüler, die jetzt das erste Mal in so einer Podcasting-Gesprächssituation sind, ne, jeder mit so einem Headset auf und so weiter, sind total verkrampft. Das heißt, wir müssen die da erstmal irgendwie rauskriegen. Und da hilft es dann halt erstens, ihnen so Skript-Schreiberei zu verbieten. Das mache ich eigentlich immer. Ich sage, okay, leg die Skripte weg. Ja, macht das mal unter euch. Ja, redet, als würdet ihr mit euch selber reden. Und man kann ihnen dann halt aber auch zum Beispiel Beispiele zeigen und man kann vor allen Dingen auch mehrere Durchläufe machen. Ja, Bits sind billig. Das bedeutet, wenn ich so zwei, drei Durchläufe pro Gruppe habe, interessiert mich ja nicht. Und dann kann ich den zweiten oder dritten nehmen. Und allein dieses Erleben, dass wenn man diese Dinge mehrfach macht und da auch die Lehrkraft daneben steht und sagt, ja, jetzt werden sie doch mal irgendwie entspannt und locker, dass dann tatsächlich da bessere Ergebnisse hinten bei rauskommen, als wenn ich jetzt sage, okay, hier geht es um eine Note und sie haben genau einen Take. Ja, das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist auch für die Methode furchtbar schlecht. Ja, okay. Die andere Seite ist, ich kann den Schülerinnen und Schülern technische Kompetenzen beibringen. Also sprich, ich gucke jetzt gerade auf fünf Monitore und da auf eine Kamera und hier steht ein Mischpult und ich habe mein Headset und so weiter. Den Teil mit den Headsets, mit den Mischpulten und so weiter. Das interessiert Schülerinnen und Schüler ja auch. Das heißt, ich kann hingehen und kann sagen, macht ihr doch die Aufnahme. Ich mache euch eine Einführung. Ich zeige euch, wie das funktioniert. Hier, das ist Ultraschall und so weiter und so fort. Ihr dürft selber schneiden. Ihr dürft da selber ran. Ja, wie gesagt, wir haben nondestruktive Methoden heutzutage, um zu schneiden. Da kann nichts schiefgehen. Ich mache vorher ein Backup. Warum nicht? Und dann haben wir sofort ein zweites Level, dass die Leute tatsächlich das alles mit produzieren. Wir machen wieder Medienkompetenz und zwar die andere Sache der Medienkompetenz. Also nicht, wie produziere ich ein Medium, sondern wie gehe ich mit der ganzen Technik um? Also weniger der Aufbau des Formats und so weiter, sondern eher die Frage, wie schneide ich das? Wie publiziere ich das? Möchte ich das langfristig machen? Ja, also möchte ich tatsächlich einen echten Podcast machen mit Veröffentlichung? Dann kann ich sogar die ganze WordPress-Sache einbinden oder eine Podigy-Seite und so weiter. Im schulischen Kontext muss man tatsächlich eigentlich sagen, wir müssen im schulischen Kontext aus rechtlichen Gründen, muss die Schule eigentlich im WordPress und ein Podlove haben und da kann man dann halt auch wieder sehr viel lernen und Verantwortung abgeben und so weiter und so fort. Dann kann man halt tatsächlich da auch weitergehen. Aber selbst die Sache nur mit den Leuten zu sagen, okay, du nimmst halt hier das Mischpult, du nimmst hier deinen Ultraschall und ihr schneidet eure Folgen selber und gebt uns das selber ab und da habt ihr irgendwie eine Jingle-Datenbank und macht einfach mal. Ja, da hast du auf einmal mehr Kreativität, du hast mehr Möglichkeiten, mehr Motivation und gleichzeitig lernen Menschen zum Beispiel auch ihre eigene Sprache kennenzulernen, offener zu reden und auch so die Idee, wie kriege ich ein Thema besser an ein Publikum. Okay, genau. Dann auf der ganz hinteren Meta-Ebene, da spricht jetzt der Sozialkunde-Lehrer, kann ich natürlich auch noch über Verbreitungsmöglichkeiten, über Plattformen, über Open Source und freie Software reden. Das heißt also, ich kann dann auch noch hingehen und sagen, so liebe Kinder, jetzt abstrahieren wir das. Ja, warum wollen wir denn vielleicht nicht auf Spotify sein? Warum wollen wir lieber sowas wie Ultraschall benutzen oder wie Podlove? Ja, warum möchten wir nicht mit Anchor produzieren und so weiter und so fort? Ja, wo trage ich meine RSS-Feeds ein und so weiter? Ja, was ist, was bedeutet Reichweite? Und diese ganzen Diskussionen könnte ich dann doch hinten anschließen, wenn die Menschen auch mal diese Erfahrungen gemacht haben. Okay, Ultraschall gibt es offenbar nicht für Linux. Die Diskussion hatten wir gestern schon irgendwie. Ich verweise an die Menschen im Ultraschallbereich des Sendezentrums. Anscheinend gibt es da für Linux eine nicht getestete Variante, aber bitte wendet euch an Ralf Stockmann und das Ultraschall-Team und nicht an mich. Ich benutze Macs. Macs sind so ein bisschen die Waffe der Wahl. Windows geht auch. Bei Windows ist tatsächlich die Sache, dass das Audio-Routing nicht ganz so hübsch ist wie auf dem Mac. Aber das geht alles und wie gesagt, wendet euch einfach an die Menschen von Ultraschall. Wir sind hier auf der Sendezentrumsbühne. Die Sendezentrums-Assembly ist hier. Da sind die Experten da, da müsst ihr nicht mich fragen. Ich bin nur der Lehrer, der quatscht. Also das Einsatzgebiet im Sprachmodell, Vokabeln mit Hörbeispielen zur Aussprache lernen. Das ist ja theoretisch das, was ich im Studium als Sprachlabor mache. Ja, also das ist ja das, was Duolingo mit dir auch macht. Wo dann irgendwie steht so, it won't teach. Ich kann mir das schon vorstellen. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass man das machen will. Es ist halt für dich als Lehrkraft sehr viel Arbeit. Aber warum denn nicht? Also wenn ich jetzt tatsächlich sage, ich habe irgendwie mein Set of Difficult Words und die Leute können das dann irgendwie bei mir abgeben und ich habe die Zeit und die Muße, mir das anzuhören. Ich würde halt jetzt so aus pragmatischer Lehrersicht sagen, ich habe die Zeit nicht dafür, aber man kann das tatsächlich machen. Also ich kann dann halt als Lehrkraft da was produzieren. Auf der anderen Seite, es gibt so viele Wörterbücher und so weiter, die dir das auch vorlesen. Ja, technisch gesehen ist es halt die Variante, das zu machen als eine Art Sprachlabor. Ob es das jetzt bringt, pädagogisch, didaktisch, weiß ich nicht. Was eine Möglichkeit ist es natürlich zu sagen, ich nehme höhere Klassen und lasse das, also gerade so an, also auf Gymnasium, Regeln, Reagen und so weiter, lasse höhere Klassen das für niedrige Klassen vorbereiten und so weiter und habe dann so einen gestaffelten Mehrwert. Also das kann ich mir schon vorstellen. Wieso bietest du den Mentimeter an, reagierst nicht darauf? Das tue ich gerade. Ich glaube, zocken und die Sprecherfahrung, die man so in einem Podcast hat, sind unterschiedlich. Ja, also die, so ein Diskurs findet ja jetzt beim Zocken nicht unbedingt statt. Das ist auch sehr viel so, so kurze Sachen und vor allen Dingen hast du keine inhaltliche Tiefe. Also einen Inhalt aufzubereiten, insbesondere in so einem Gruppendiskurs ist nochmal was anderes, als jetzt zu sagen, okay, der ist das. Das ist ja, glaube ich, bei Among Us aktuell so die Sprachregelung. Ich würde da schon Unterschiede machen, vor allen Dingen, weil in dem Moment, wo ich sage, das ist für die Schule produziert und ich spiele das vielleicht in der Schule, dann auch in der Klasse oder so vor oder so, hat es einen anderen Wert. Das ist, wie jetzt diese Situation eine andere ist, als eine Situation, die irgendwie, ja, so privater ist. Veröffentlichung in die Welt. Also das erste ist, für die Schülerinnen und Schüler muss das in Ordnung sein, weil du brauchst Freigaben dafür und Datenschutzfreigaben. Ohne geht das nicht. Und interessiert das die Welt, ist für mich eine Frage, die sich nicht stellt. Wenn du, ja, wenn du etwas produzierst und du möchtest es veröffentlichen, dann veröffentliche es. Für dich ist da draußen auch Platz und für die Schülerinnen und Schüler ist da draußen auch Platz. Ob das jemanden interessiert? Wir sind hier auf der Bühne vom Sendezentrum. Wir haben gestern irgendwie in den entsprechenden Versammlungen darüber geredet, wie viele Downloadzahlen Menschen haben. Und wir haben an der Stelle auch gesagt, die Menge an Downloads ist nicht wichtig. Wichtig ist, du hast was zu sagen, sag es, weil du hast die Möglichkeit. Ich glaube, diese Erfahrung ist sehr wichtig. Ja, ob das dann danach noch jemanden interessiert, ist eine gute Frage. Ob die Schülerinnen und Schüler tatsächlich das veröffentlicht haben möchten, ist eine viel, viel berechtigtere Frage. Ja, aber ganz ehrlich, die Frage, ob die Welt das interessiert. Es gibt zwei Millionen Reaction-Videos auf YouTube. Da fragt auch keiner. Und ich weiß auch nicht, ob wir als Lehrkräfte diese Frage stellen müssen, weil dann müssen wir uns ja ganz, ganz andere Fragen noch hinten rausstellen. Ja, also das ist immer, das ist immer schwierig. Ja, schwieriger finde ich es tatsächlich dann zu sagen, ich veröffentliche das, ich habe da eine Einwilligung und in zwei, drei Jahren, ja, hast du, hast du dieses Ding, dass, dass dann jemand, jemanden, das peinlich ist oder so, ja. Also das ist, glaube ich, eher das Problem, ja. Die Veröffentlichung hat für die Menschen, die darin vorkommen, ein größeres Problem als für die Leute, die es dann nicht wahrnehmen. Zeiteinsatz, also ich habe jetzt, ich glaube, ich habe netto vier Unterrichtsstunden für so ein Ding angesetzt in der Oberstufe. Drei Stunden, drei Stunden irgendwie Vorbereitung, vierte Stunde Aufnahme. Das waren bei mir zwei Wochen in Sozialkunde Oberstufe. Halte ich jetzt nicht für zu viel Zeiteinsatz. Jetzt als Lehrkraft gesprochen, möchte ich so und so vielleicht darauf hinweisen, dass die Frage, die Frage, ob wir Zeiteinsatz rechtfertigen müssen oder nicht, eine Frage ist, gegen die wir uns mal wehren sollten. Weil, ähm, das ist, glaube ich, nicht ganz so schlau, ja. Also wenn ich, wenn ich mir Zeit nehme, eine Gruppenarbeit zu machen und die in irgendein Ergebnis landet, ja, egal, ob es jetzt eine Aufnahme ist oder, ähm, ob es jetzt ein Poster sind oder ob es jetzt ein Referat ist, dann kostet das halt Zeit. Ob das die Schülerinnen und Schüler, ob das die Schülerinnen und Schüler daheim vorbereiten oder nicht, könnt ihr euch ja aussuchen. Aber, ähm, die Entscheidung treffe ich ja aktiv. Wenn ich diese, wenn ich diese Zeit nicht habe, ich unterrichte Abiturklassen in Englisch, da habe ich die Zeit nicht. Dann habe ich die nicht und dann mache ich aber auch dieses Projekt nicht, ja. Ähm, also, und dann, womit rechtfertige ich das? Ich glaube, ähm, Menschen einen breiten Ansatz und eine breite Erfahrung mit Medien zu geben, ist eine gute Rechtfertigung für den Zeiteinsatz. Ähm, nachdem wir ja normalerweise nicht veröffentlichen, weil Datenschutz und so weiter und so fort, ähm, würde ich, äh, habe ich meistens keine Shownotes, aber wenn ich Shownotes hätte, dann würde ich Shownotes machen, wie ich sie in meinen eigenen Podcast-Folgen machen. Also, sprich, äh, Stichworte und, äh, äh, Stichworte und Hypertext, weil dann landet es nämlich in einem Blog und dann ist es auch ein echter Podcast und dann sind da auch echte Shownotes hinten dran. Äh, äh, das Headset ist ein Biodynamics DT297-2, äh, das ist relativ teuer. Wenn ihr Informations- und Software-Setup haben möchtet, kommt bitte, ähm, doch entweder in, 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 in der Sendezentrums- ist irgendwie vorbei oder, äh, geht auf www.sendegate.de, das ist eine Community der deutschen Podcaster. Dort gibt es ganz viele Hinweise. Es gibt preiswertere Headsets, ähm, mit denen man sehr gut arbeiten kann. Es gibt für das Video-Setup, das ist ein, das ist ein Computer mit einer Webcam, ähm, und sehr viel CCC und Open-Source-Fu. Ähm, ja, wenn man billiger anfangen muss, ist man mit 150 Euro dabei mit einem Superlux HMC 660, äh, einem Kabel und einem Adapter und zum Beispiel irgendwie so ein Focusrite, ähm, so ein Focusrite USB-Anschluss. Aber, äh, da gibt's so viele Varianten. Wie gesagt, entweder ihr, ihr kommt irgendwie auf mich zu oder ihr kommt auf die Menschen im Sende-Gate zu. Wir haben ganz, ganz viele Empfehlungen für Headsets, Mikrofone, für alle möglichen Sachen. Wir haben da schon eine große Basis jetzt in der unabhängigen deutschen Podcaster-Szene. Das muss nicht ich alles alleine erzählen, sondern das erzählen Leute, die noch mehr Ahnung haben als ich in dem Bereich. Ähm, das stimmt, aber ich glaube tatsächlich, ähm, beim Zocken ist Sprechen ein Nebenprodukt. Und wenn du das Sprechen zum Hauptprodukt machst, hast du genau das Problem, dass in Demo, ja, das wäre ungefähr so, wie wenn du zu deinen Schülerinnen und Schülern sagst, so, ich setze euch jetzt mit euren Laptops vorne vor die Klasse und ihr spielt mal gemeinsam Minecraft. Und ich glaube, da passiert dann ein Unterschied. Also, du bist halt auf so einer Bühne damit. Und wenn du auf der Bühne bist, hast du halt irgendwie ein Problem. Ja, dann ändert sich was. Also, das ist so ein Unterschied zwischen öffentlich und privat. Was? Wie motivierst du Teenager? Äh, ich bin Lehrkraft. Ich drohe mit Noten. Also, das ist die erste Variante. So macht man das im Schulsystem. Also, ähm, die zweite Sache ist, ich glaube gar nicht, dass, ähm, junge Menschen so wenig produzieren. Weiß ich nicht, wenn man mal so auf TikTok guckt, wenn man mal so guckt, wie viele Podcasts es auch so gibt. Ich glaube, man muss den Menschen nur die Möglichkeit geben, es zu tun und ihnen die Wege zeigen und dann machen die das. Meine Erfahrung jetzt bei mir in der Schule ist, ich habe jetzt Menschen 16 plus, ne, ich bin, ich mache eine Oberschule, wir haben, ich bin ja an einer beruflichen Oberschule. Äh, ich habe jetzt Schülerinnen und Schüler, äh, animiert einfach nur per Zettel, möchtet ihr mit mir Podcasten, den Schulpodcast? Und es haben sich fünf, sechs Leute gefunden, die finden sich da jetzt auch noch rein, aber die machen da einfach mit. Und es sind auch schon Menschen auf mich zugekommen, die gesagt haben, sie möchten selber Podcasten, sie möchten da selber was machen. Es gibt genug Leute, die das machen, die dann Twitch streamen und so weiter. Also ich glaube, das Produzieren, das, ähm, steckt in vielen Menschen drin, ja. Es ist natürlich am Anfang in dem Alter sehr oft erst mal nachahmend und so weiter, aber so haben wir doch alle irgendwie angefangen. Es gibt auch Menschen immer noch, die schreiben und so. Also ich würde das gar nicht sagen, also die, ich glaube, die jungen Menschen sind viel, viel produzierender, als wir das denken, nur halt an Stellen, wo wir es nicht mehr sehen. Und die Unterstellung, dass die Jugend nur konsumiert, ist sehr, 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 sehr kulturpessimistisch und Kulturpessimismus teile ich nicht. Ähm, okay. Ich veröffentliche nur den Schulpodcast und da habe ich eine implizite Einwilligung dadurch, dass die Menschen nur mitmachen, wenn sie wollen. Also das ist ein bisschen wie hier. Ich habe jetzt auch keine Speaker-Einwilligung für einen Kongress gemacht, sondern die Tatsache, dass ich jetzt hier gerade bin, ist Einwilligung genug. Ähm, wenn du es mit fester Ablauffrist machst, musst du es halt hinten depublizieren. Ich würde es eigentlich für forever machen. Das mit den Noten ist eine ganz wichtige Frage. Das mit den Noten ist eigentlich der Grund, warum ich es nicht benote. Und jetzt kommt der Witz, das funktioniert trotzdem. Die Leute machen ihre Aufgabe, die haben daran Spaß, die lassen sich darauf ein. Weil warum denn nicht? Insbesondere, wenn es keine Noten darauf gibt, sind Leute, sind Schülerinnen und Schüler auch motivierter, etwas auszuprobieren, weil sie nicht die Angst haben müssen, implizit durch schlechte Noten bestraft zu werden. Wir müssen sehen, Noten sind eigentlich Belohnungs- und Bestrafungsmechanismen für Schülerinnen und Schüler. Wenn ich die weglasse und das freilasse, dann passieren dort Dinge. Ich darf halt auch mal einen Fehler machen. Ja, ähm, ich habe wie gesagt jetzt einen Fall, wo Schülerinnen und Schüler, ähm, das, äh, nicht für mich, aber im schulischen Rahmen, äh, gegen Note machen. Und da habe ich dann auch so, so den Hinweis gegeben, man möge zum Beispiel die Audioqualität rauslassen und so. Ja, ähm, frei ist auch eine Frage. Es ist ein, wir reden ja hier über einen schulischen Kontext. Das heißt, ich suche am Ende eine Aufgabe aus und wenn ich die Aufgabe aussuche, suche ich natürlich auch irgendwie, ähm, das Thema raus. Ja, ich kann halt eine offene Aufgabenstellung nehmen, aber das Thema ist immer noch Weimarer Republik. Ich kann eine Aufgabe, offene Aufgabenstellung nehmen, aber das Thema ist immer noch die Biologie des Waldes. Ja, ähm, also da gibt es Grenzen. Wenn, 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 wenn du mich jetzt persönlich fragst, ich würde das nie benoten, weil für mich steht die Erfahrung mal zu Podcasten im Vordergrund. Und es wird halt auch ganz viele Menschen geben, die sagen, das ist nichts für mich. Ich habe mich da nicht, nicht unbedingt wohl gefühlt. Es hat mir nichts gegeben. Das ist, ja, das haben wir jetzt mal gemacht. Okay, ja, aber ich möchte dafür dann auch nicht jemanden irgendwie bestrafen, weil Noten sind halt, wie ich schon mal gesagt habe, auch Belohnungs- und Bestrafungsmechanismen für Schülerinnen und Schüler. Und das möchte ich einfach nicht. Also, ich mache das gar nicht, ja, aber nachdem ich als Lehrkraft natürlich derjenige bin, der die, der die Aufgaben gibt, kann ich durchaus sagen, hier, das ist die Aufgabe, mach die Aufgabe. Ja, wenn ich dann sage, okay, die Aufgabe war jetzt nicht gut gemacht, dann war sie halt nicht gut gemacht. Ja, das, also, das Argument, was ich machen würde, mache ich jetzt hier eigentlich die ganze Zeit. Es ist in dem Strauß meiner Methodik einfach ein Stängelmeer. Ja, also, es ist einfach eine Menge mehr der Methodik. Es kann sehr gut dazu führen, dass Kinder Dinge, die wir ihnen ansonsten schlecht beibringen können, im schulischen Rahmen, nämlich freisprechen, freier Diskurs, freie Aussagen, auch miteinander lernen. Nein, wenn ihr mündliche Schulaufgaben, also mündliche Leistungsnachweise habt, ist es ein guter, ist es ein guter Hinweis, das als Vorübung zu machen. Ja, also, es ist eine gute Idee, das zum Beispiel vor so Gruppenprüfungen und so mal übers Podcasten zu gehen. Denn das gibt den Kindern und den Jugendlichen eine Lockerheit in dem Umgang, den ich eigentlich gar nicht so schlecht finde. Und hier kann man das halt einfach mal angstfreier lernen, als wenn ich dann sage, hier geht es um eine Note und ihr müsst es irgendwie machen und so weiter und so fort. Ja, also, die Kommunikation untereinander ist da wichtiger. Genau, das Samsung Go Mic, das gibt es auch noch, ist auch ein Klassiker. Ich kenne Menschen, die verschicken das an ihre Gästinnen und Gäste wortlos als Mikrofon, habe ich auch schon gemacht. Ja, wenn ich nebenbei noch jemanden hätte, der mir die alle sortiert, dann würde ich das tun, aber passiert halt nicht und ich arbeite das jetzt ab und dann geht es noch ein Stückchen weiter. Ja. Warum sollten die das nicht studieren, insbesondere wenn du ihm wirklich Freiheit, die Freiheit lässt, das mal zu machen und als Aufgabe im Endeffekt, als Aufgabe anstatt irgendwie eines Referats einbindest, warum nicht? Stell es ihnen doch frei, du kannst sagen, okay, ja, ihr könnt das jetzt, eine Möglichkeit, eure Semestervorleistung abzugeben, ist ein Podcast zu bauen. Da passieren dann schon Dinge. Okay, ich habe eigentlich noch was, nämlich Aufgabenformen. Wir haben ja schon darüber geredet, Gruppenarbeiten, Projektarbeiten. Eigentlich logisch, wir haben schon darüber geredet. Gruppenarbeit, wie immer, arbeitszeitlich, produktorientiert, ist halt Schülerinnen zentriert. Ja, kennen wir alle. Ja, ich kann das, die Aufnahme ist dann halt das Produkt, ich kann das am Ende der Klasse vorspielen, weil ja auch gefragt wurde, wie das mit der Veröffentlichung, also man sollte es immer der Klasse vorspielen und muss dann aber auch, und jetzt kommen wir mal dazu, als Lehrkraft sich zurücknehmen. Du kannst ja nicht daneben stehen und die halbe Zeit das irgendwie kommentieren, sondern du musst im Endeffekt auch, gerade als Englischlehrkraft, natürlich hast du teilweise dann in der Seele so, oh Gott, die Aussprache. Ja, möchtest du das eigentlich nicht, sondern du lässt es einfach wirken, weil die Leute ansonsten nur Judgment von dir abkriegen. Ja, und du möchtest das nicht, du möchtest eigentlich, dass sie ein positives Erlebnis damit nehmen. Veröffentlichung und Ankündigung haben wir jetzt schon gehabt, wie gesagt, wenn ich das veröffentlichen will, muss ich das vorher ankündigen, ich brauche die rechtlichen Zusagen und so weiter. Für die Leute, die das als Leistungsnachweis machen, die Korrekturen sind halt zeitunabhängig. Deswegen gibt es jetzt Kolleginnen und Kollegen, die ich auch kenne, die sagen, das ist total praktisch, ich lasse mir das halt alles zuschicken und dann kann ich mir das irgendwann in Ruhe anhören und eine Note draus machen. Ich habe schon gesagt, was ich davon halte, ich würde das halt nicht machen. Not my style. Ich kann die Nummer übers Schuljahr ziehen. Das heißt, ich kann sagen, ich mache eine Projektarbeit, ja, ich kann das als Flipped Classroom machen, ich kann das über ein komplettes Schuljahr machen und sagen, alle Leistungsnachweise, die ihr dieses Schuljahr im mündlichen Bereich macht, sind eure Podcast-Folgen. Ja, und zwar die komplette Vorbereitung und so weiter und so fort. Wir können da ein Portfolio draus machen, ja, ich kann also vom Prinzip her sagen, okay, am Ende steht die Folge, ich will eure Vorbereitung sehen und so weiter und so fort. Damit hole ich auch unterschiedliche Lerntypen und Arbeitstypen ab. Also du hast dann halt vielleicht auch jemanden, der sagt, ich möchte nicht in dieser Folge auftreten, sondern ich möchte die im Endeffekt nur vorbereiten. Und du siehst dann halt, okay, ja, das war die Person, die die ganze Recherche gemacht hat, die das vorbereitet hat, die die Technik gemacht hat. Ja, und dann kann ich damit arbeiten. Kann man natürlich auch machen. Wie gesagt, für die Lehrkraft ist es verleitend, das zu benoten. Ich würde es mir überlegen, ich würde mir halt auch überlegen, wie ich meine Kriterien dafür setze. Ich würde die vorher bekannt geben. Das ist so ein großes No-Go, das nicht zu tun. Ja, und dann zu sagen, okay, ich habe einen Strauß an Kriterien und es ist am Ende nicht nur die Folge, die was wert ist, sondern die ganze Arbeit daran. Und das wirklich über das komplette Schuljahr ziehen. Und dann ist es, glaube ich, total geil. Und da müssen wir dann aber dann halt auch, müsste man eigentlich über Veröffentlichung reden, weil dann hat es einen extra doppelten Wert. Aber auch das ist schön. Das Problem ist halt so ein bisschen bei diesen Audioformaten, das verheilt halt, wenn ich am Ende sage, okay, ich habe einen MP3. So what? Das ist wie das Handout vom Referat, das dann hier geschmissen wird. Okay. Genau, Diskussion der Produkte in der Klasse. Also wenn die Klasse das selber diskutiert, wenn du das vorspielst und dann dich als Lehrkraft zurückhältst und die Leute das selber diskutieren lässt, ist es super. Ja, insbesondere wenn du es vorher schon geschafft hast, eine Situation dort zu schaffen, in der die Schülerinnen und Schüler so ein bisschen frei und respektvoll darüber reflektieren können, dann ist es total super. Muss man halt gucken, welcher Klassenstufe. Also es gibt Klassenstufen, da weißt du, wenn ich das hintereinander vorspiele und es gibt halt auch einfach Sozialkonstruktionen, wo es dann nur hängen, wo es dann nur so das Hauen und Stechen gibt. Das sind aber dann auch meistens Situationen, wo ich mir überlege, ob ich solche Methoden mache, weil ich halt dann auch hinten raus ganz, ganz schlimme andere situativ-pädagogische Probleme kriege. Leider muss man halt immer sagen, es gibt halt auch die Möglichkeit zu sagen, ich habe hier eine Sozialkonstruktion in einer Klasse, wo ich sage, so eine Gruppenarbeit ist schwierig. Und dann würde ich es mir überlegen, als Lehrkraft würde ich da meine Aufgabe grundsätzlich darin sehen, die Produzenten zu schützen. Ja, also halt klar zu machen, dass Respektlosigkeit oder und so weiter und Abwertung der Person über das Produkt nicht passiert. Ja, sondern dass man da halt auch einschreitet, aber das halte ich eigentlich für selbstverständlich. Okay, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, das ist jetzt hier noch eine Sekunde offen. Wir sind eigentlich fertig, ne? Wir hätten jetzt irgendwie Umbau. Dann danke ich euch allen für das Zuhören und so weiter. Ich habe jetzt unheimlich viel geredet. Wer Zugang zur RC3-Welt hat, kann mich irgendwie im Laufe des Tages wahrscheinlich noch im Sendezentrum am Feuer finden oder ähnliches. Ansonsten gibt es da draußen irgendwo Twitter oder so oder schaut ins Sendegate. Es gibt viele PodcasterInnen da draußen, die helfen euch gerne bei sowas. Und probiert es einfach mal aus. Ne, dieses Jahr nicht. Ne, dieses Jahr nicht. Ich bin, wie gesagt, nur in der RC2-Twitter geht und ich kann dann mal nachher gucken, ob ich irgendwie noch eine andere Kontaktmöglichkeit habe, aber man schreibe mir einfach eine Twitter-DM. Also Deckt habe ich dieses Jahr nicht, weil ich das einfach nicht hingekriegt habe. Dankeschön. Also dann, war es das von mir? Ah, da gibt es noch eine Frage. Okay. Ich danke für das Feedback. Ich hoffe, das hat euch was gebracht. Wir sehen uns dann später. Und ich gebe zurück in die Sendezentrale. Wir sehen uns dann, wenn wir 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 uns dann, wenn Untertitelung des ZDF, 2020